Philipp Stephan ist mein Name. Ich habe sehr schön so viele Berührungspunkte mitgekriegt. Ich bin auch aus dieser New Thinking und CC und Republika und immer so weiter aus diesem Ding erwachsen. Bei mir kam dann noch das Interesse an Hardware tatsächlich dazu. Was ich jetzt mache, ist die Maker Faire. Es ist eine Veranstaltung, die global stattfindet, auch hier in Berlin. Und zwar direkt dahinter am Technikmuseum in der Station. Wer die Republika kennt, kennt das. Es ist ein Festival, wo viele Leute zusammenkommen, die an Dingen basteln, könnte man sagen. Die so ein bisschen das Interesse an der manuellen Arbeit wiederentdeckt haben. Und ich war oder bin auch so jemand, also so jemand, Hacker, denn sozusagen plus Hardware, das kann sich Maker schimpfen. Diese Leute arbeiten ja in Fab Labs und anderen ähnlichen Orten. Und die präsentieren sich sozusagen da auf dieser Maker Faire. Und die haben Offenheit, glaube ich, in ganz verschiedener Art und Weise. Und was mich daran damals fasziniert hat, ich hatte dann damals vom Webmontag abgeleitet, eigentlich so eine Keimzelle von sehr vielen Dingen, die kamen, die damals auch im New Thinking Store stattfanden. Dann hatte ich irgendwann vom Arduino gehört, einem programmierbaren Mikrocontroller, Open Hardware, entwickelt in Italien als Versuch, sozusagen programmierbare Geräte auch nicht Informatikerinnen und Informatikern zur Verfügung zu stellen. Nämlich als eine Idee, die von der Kunsthochschule kam, die gesagt haben, wir hätten gern was für Installationen, Interaktivität, tolle Dinge. Wir hätten gern Bausteine, die man mit dem Computer programmieren kann, die denn das tun, was ich möchte. Und ja, da ist dieser Arduino bei rausgekommen. Das ist vielleicht, glaube ich, auf der nächsten Folie, das Ding da unten. Und das hatte ich mir bestellt in Italien. Damals gab es noch keinen Händler in Deutschland, der das hatte. Hab mal angefangen. Heute hat Facebook mir, Facebook, naja, aber Facebook sagt einem ja manchmal so Dinge, guck mal, das hast du heute vor acht Jahren gemacht. Und heute vor acht Jahren hatte ich meinen zweiten Bausteln Montag. Bausteln war mein Projekt, wo ich mit Leuten sozusagen versucht habe, diesen Arduino zu entdecken. Open Hardware halt. Also für uns war es ein Bauteil, dass man an den Computer anschließt, auf der einen Seite Programmierung reinsteckt und dann Hardware anschließt, ob das jetzt Sensoren, Motoren, Leuchtdioden sind und im Wesentlichen sich eigene Geräte baut. Und das hat mich sehr fasziniert, weil ich halt eben kein Techniker bin, aber sehr daran interessiert war, ob das jetzt ein Roboter ist, der dabei rauskommt oder eine Wetterstation oder ein Kunstwerk. Da war ich sehr fasziniert davon, mit Code eben nicht nur was im Computer zu machen, sondern auch irgendwas, was ich dann in die Hand halten konnte. Das ist eigentlich meine Win-Folie, weil die anderen Techniken, die diese Maker benutzen und alles davon ist eigentlich Open Hardware, sind natürlich der 3D-Drucker. Das kam auch vor, naja, bald zehn Jahren so als öffentliches Thema auf. Die Technik ist schon älter, wird schon seit 30 Jahren und länger in die Industrie eingesetzt. Dann kamen aber Leute auf die Idee, da laufen Patente aus, das bauen wir jetzt mal nach. Vielleicht kann man das als Bausatz den Leuten anbieten und natürlich als offene Anleitung. Ein Gehäuse wie hier, Ultimaker, ist einer der ersten, der so ein bisschen Erfolg hatte, auf einen Lasercutter geschnitten, auch so ein Lieblingstool dieser Maker. Und da hatte ich einen der ersten 3D-Drucker, weil nämlich beim Biertrinken nach irgendeiner frühen Republika, ich glaube es war 2009, einige Leute und ich gesagt haben, komm, wir kaufen das Ding jetzt für 700 Dollar in Amerika und hatten dann einen der ersten Maker-Bots in Deutschland. Und das leitet dann, das ist die falsche Folie, das leitet dann gleich, ne, achso, ich wollte das ganz anders erzählen, jetzt wollte ich gleich überleiten. Ich mache das nochmal, also vergesst den letzten Satz, lasst euch nicht so sehr verwirren. Ich wollte doch erst Success erzählen und dann Fail. Also mit Fail komme ich gleich zum 3D-Drucker. Success Story sozusagen ist eigentlich der Raspberry Pi, ein Projekt, von dem ja viele schon gehört haben, ist auch ein Bildungsprojekt in Amerika, ist ja schon in England entstanden, als Linux-Computer für Schulen, kleines Teil, das sieht jetzt hier so riesig aus, ist aber eigentlich so groß wie eine Kreditkarte. Das ist schon ein altes Modell. Und damit lernen Schülerinnen und Schüler programmieren und dann hat sozusagen natürlich auch das Interesse dieser ganzen Nerds und Bastler gefunden. Das heißt, alle mögliche Welt kauft sich jetzt dieses Teil für 30 Euro, bastelt damit herum, hat, glaube ich, auch nochmal für so verstärktes Interesse wieder an Linux bei Leuten gesorgt, die das vielleicht schon abgeschrieben hatten als Produkt für den eigenen Computer, den sie tagtäglich benutzen. Aber sozusagen jetzt als Gehirn für viele eigene Erfindungen hat es der ganzen Geschichte wieder ein bisschen Auftrieb gegeben. Ich weiß gar nicht, warum ich die Open-Furniture-Folie da reingetan habe. Und ich glaube, ich wollte sowas erzählen wie, meine Sachen habe ich ja damals in dem Beta-Haus gemacht. Wir haben dort hinten sozusagen einen der ersten Makerspaces, Fab Labs, wie auch immer, in Berlin gegründet. Es hieß Open Design City, weil wir damals auch ganz beseelt waren von dieser Open Design Idee von Ronan, der auch eben auf einer Folie vorkam. Und Open Maker sozusagen machen sich auch ihre Möbel selber und natürlich teilen sie dann auch die Anleitung. Das heißt, wenn man wirklich ganz offen leben will, ist auch das Open-Hardware auf eine Art und Weise, auch vielleicht nicht im ursprünglichen Sinne. Da gehe ich nämlich dann in mein lokales Fab Lab, nehme mir die freien Pläne für die Möbel, lasse die dort herstellen auf den Maschinen und habe sozusagen so eine Art Open-Source-Alternative zu Ikea gefunden, die dann auch noch lokale Produktion bedeutet, weil verschickt werden sozusagen übers Internet nur die Pläne dafür, aber dann eben nicht die Möbel selber. Genau. Irgendwie ist die Folie in die falsche Reihenfolge gekommen. Das ist dann also der Erfolg. Raspberry Pi, das ist eine Meldung von vor zwei Wochen. Der Raspberry Pi hat den Commodore 64 als quasi meistverkauften Computer überholt. 12,5 Millionen Stück werden auch tatsächlich in England hergestellt und nicht in Fernost. Und alle sind so ein bisschen stolz darauf, glaube ich. Und das Ding gibt es jetzt in verschiedenen Varianten. Und die langweiligste Idee ist, glaube ich, man hängt es an seinen Fernseher, benutzt es so als Medienplayer, lässt darüber halt Videos und Musik laufen. Und die spannenderen Sachen sind dann das Teil halt in Robotern, in eigenen Projekten. Ein kleiner Computer knüpft dann sehr stark an Internet of Things im Wesentlichen natürlich an, indem es so ein universelles Baustein ist, was zwischen Internet, Nutzer und Daten auch vermittelt. Es gibt auch eine Open Source Hardware Association, die listet das auch. Ich glaube, der Raspberry Pi ist nicht komplett open hardware natürlich, weil er hat einfach diesen Chip drauf, der nicht komplett open ist. Ich glaube aber, das ist je nachdem, ob man das eng oder breiter interpretiert, es zeigt den richtigen Weg auf. Und Elektronik ist auch einfach deshalb schwieriger als Software, weil da ja eigentlich so viel Vorarbeit reingeht. Das heißt, selbst wenn ich heute komplett open hardware herstelle, kann ich mich noch nicht unbedingt darauf verlassen, dass quasi im gesamten Produktionsprozess auch alles offen passiert ist. Also die Tools, die wir benutzen, um solche Boards zu entwerfen, um dann sozusagen die Maschinen zu steuern, die das zusammenbauen, das ist natürlich eine Industrie, die noch nicht ganz durchdrungen ist von Offenheit. Aber ich freue mich halt immer, wenn ich sozusagen bei meinen Gesprächen in irgendwelchen Fab Labs oder höre, da arbeiten Leute dran. Also einer ersetzt jetzt gerade die Firmware von irgendeinem Programmiergerät durch eine offene Firmware, damit er sozusagen da wieder einen Haken setzen kann in der Produktion von einem offenen Hardwaregerät. Ja, ich weiß, du bist es. Wir haben uns ja, wann war das letzte Woche erst? Ja, ne? Genau, danke, dass du dich angemeldet hast. Und das ist nur so ein Screenshot von Open Hardware Webseite, weil da sehe ich gleich auch als oberstes. Axiom ist eine Filmkamera, die komplett open source wird, die präsentiert sich auch immer auf der Maker Faire. Und das zeigt auch, weil es ist ein richtig teures Produkt, dass Open Hardware halt nicht nur bedeutet, kleine Bauteile, mit denen man was Lustiges bauen kann, die dann irgendwie 20, 30 Euro kosten, sondern da entwickeln auch Leute kommerzielle Produkte, die dann eher fünfstellig sind, aber trotzdem durch und durch offen. Also das sind erfolgreiche Dinge und es freut mich sehr, dass die passieren. Ein Fail sollte ich ja auch noch präsentieren. Auch dieser Button ist so ein bisschen. Fail, okay, das ist falsch. Das ist mein erster 3D-Drucker, MakerBot Nummer 27. Rocker hieß er denn irgendwann, glaube ich, als wir irgendwann Tape in die Hand gekriegt haben. Mit dem haben wir sehr viele lustige Sachen gemacht. Der hat nicht so gut funktioniert, aber Open Hardware, da reift der Prototyp natürlich auch beim Kunden und das ist schwieriger mit den Updates da, weil da fängt man dann an zu schrauben und muss nicht nur neue Software reinschieben. War aber sehr interessant. Produkt einer Firma aus Amerika, MakerBot Industries, gestartet als Garagenprojekt von drei enthusiastischen Leuten, die sich dann zerstritten haben, weil sie dann spätestens bei ihrem vierten Modell, dem Replicator 2, plötzlich in den Closed-Source-Sektor gewechselt sind mit sehr viel Wissen und Zeug, das im Wesentlichen die Community vorher sozusagen mit reingetragen hat. Sprich, das erste Modell, das zweite Modell, das dritte Modell, die ist in Replicator, entwickelt natürlich auch durch Feedback aus der Community und dann ging es in den Closed-Source-Bereich und dann ging es ins Mismanagement, dann wurde es verkauft und ja, das ist nicht so gut gelaufen. Dem Bereich 3D-Druck hat es zum Glück nicht per se geschadet, weil da sehr viele schöne Open-Geräte sich sozusagen unabhängig von diesen Versuchen weiterentwickelt haben, also vor allen Dingen das RepRap-Projekt, auf dem das eigentlich mal basierte, aber das hat auch gezeigt, dass es nicht ganz so einfach ist, offen zu sein, offen zu bleiben, vor allen Dingen, wenn dann die Verführungen der kommerziellen Nutzung locken und das ist jetzt so ein Relikt und eine Sackgasse eventuell, aber das passiert ja auch sehr oft. Aber wie gesagt, das sind so Beispiele für Open-Hardware. Ich finde es ganz spannend, weil es oft Tools sind, die nochmal einen anderen Aspekt reinbringen. Software ist super, nutzen wir für alles. Auch dort steckt überall Software drin, aber die Hardware bringt es natürlich nochmal so weit, dass man die ganzen Sachen zurückholt in die anfassbare Welt. Die 3D-Drucker produzieren uns Teile, die man dann nutzen kann. Die Arduinos und Raspberry Pis stecken in Geräten, die die Software und die stoffliche Welt miteinander verbinden. und ich bin immer sehr gespannt, was da im Open-Hardware-Bereich noch alles kommen wird. Ich glaube, die letzte Folie ist irgendwie kaputt. Da sollte eigentlich mein Twitter-Handle draufstehen, aber egal. Alles klar. Vielen Dank. Applaus